Guten Abend. Ich glaube, das Erste, was wir machen müssen, können, wollen, ist herzlichen Glückwunsch Isar Gensken. Herzlichen Glückwunsch, Isar. Zwei, drei Tage nach der Eröffnung ist die Isar Gensken vorbeigekommen und Wolfgang Timmerns war hier und sie hat sich einfach so gefreut über die Ausstellung und hat eine ganze Stunde in der Ausstellung verbracht. Also mit einer großen Dankbarkeit, dass wir diese Ausstellung hier haben durften und dass sie auch so eine Resonanz hatte. Lisa Botti und ich haben ja die Ausstellung zusammen gemacht und wir waren in Basel mit der Elena Filippowitsch vom Abendessen und sie sagte, was wäre denn so eine ideale Ausstellung für die Halle? Und da habe ich gesagt, das haben Sie höchstwahrscheinlich alle schon gehört, aber trotzdem darf man es nochmal sagen, haben wir gesagt, Brankusi und dann hat die Elena gesagt, naja, gibt es denn da noch irgendeine andere Ausstellung? Und dann kam wie aus der Pistole geschossen, Isar Gensken. Die Freunde der Nationalgalerie haben dann, das war ja weniger als ein Jahr, haben dann letztendlich gesagt, naja, da werden nicht so viele Leute kommen, aber ist eine ganz, ganz wichtige Künstlerin. Und dann, wir machen das. Und dann habe ich die Erika Hoffmann angerufen und habe gesagt, Erika, Sie erinnern sich, abends war das und habe ich gesagt, wir kommen gerade aus Basel und wir haben diese Ideen, das ist ja weniger als ein Jahr hin. Und dann haben Ihre Zuversicht und Ihr Mut, wir haben dann hier so ein bisschen Freude getanzt, vielen, vielen Dank. Das hat aber wirklich so, das war nachdem die Freunde gesagt haben, naja, wenn ihr das machen wollt, das war wirklich eigentlich der Impuls. Und parallel zu dem Anruf zu Ihnen, Erika, waren kryptische Textnachrichten zu Wolfgang Tillmanns und Daniel Buchholz, die er auch ernst genommen hat, obwohl die etwas kryptisch waren. Vielen, vielen Dank. Und was die Freunde gesagt haben, naja, wir müssen auch Ausstellungen fördern, die jetzt nicht so viele Leute sehen und sehen wollen und hinlaufen, dass ich gar nicht glauben kann, dass über eine Viertelmillion Leute diese Ausstellung gesehen haben. Und obwohl am Eröffnungsabend Lisa, Erika und ich überlegt haben, es sind 75 Arbeiten, es ist immer ein 1 zu 1, dann dürfen eigentlich nur 75 Leute da rein. Und das war auch eine richtige Entscheidung und das hat dazu geführt, dass manchmal die Schlange ums ganze Gebäude war. Aber es war aber auch sehr schön, dass jeder sich dann wirklich mit der Arbeit beschäftigt hat und als man dann die 75 Skulpturen letztendlich sich angeschaut hat, auch gegangen ist. Also auch eine ganz große Kollegialität unter den Besucherinnen, dass es irgendwie funktioniert hat. Also vielen, vielen Dank. Und meine Co-Kuratorin Lisa Botti, ich möchte dir danken. Ich möchte Niki, bist du irgendwo hier, Nicola Reichholt danken. Die ist sicherlich hier, weil die macht immer ganz, ganz viel und die ist wirklich jemand, ohne die diese Ausstellung gar nicht hätte stattfinden können. Ich habe andere schon genannt, aber ich glaube, vielleicht Lisa, vielleicht fängst du erst mal an zu danken. Also das Allerwichtigste, ohne diese Ausstellung gar nicht so schnell hätte stattfinden können, ist auf jeden Fall die Leihgeber. Die sitzen auch viele von Ihnen hier. Da möchten wir ganz herzlich danken für Ihr Vertrauen. Das ist eine Ausstellung, von der wir von vielen Gästen, befreundeten Kuratoren, Sammlern gehört haben, dass sie einmalig ist und dass sie so kaum in der Welt hätte stattfinden können, weil sie so freigestellt ist. Und das hat mit ihrem Vertrauen zu tun, das hat mit dem Konzept 75 Besuchern zu tun und das hat mit dem Mies zu tun. Das ist eine besondere Erfahrung, dafür sind wir sehr dankbar für ihr Vertrauen. Wir möchten natürlich auch dem Studio von Isa Gensken sehr danken, Hentschaya und Marc Juffert. Ganz besonders natürlich der Galerie Buchholz und dem gesamten Team, vor allem natürlich auch den Freunden, ohne die die Ausstellung nicht stattfindet. Heute ist die Finissage, das ist irgendwie so ein Moment, der ist auch so ein bisschen traurig, aber wir haben ganz viel Glück, dass der nicht so ganz traurig bleibt, weil wir eröffnen heute noch eine neue Skulptur. Und die machen wir nach dem Vortrag von Katrin Leuch an, das ist der Vollmond. Den sehen Sie schon so ein bisschen da hinten im Schatten, ein kreisrundes Ball. Und da sind wir sehr, sehr dankbar, auch besonders der Galerie Buchholz wieder, dass die ein Jahr bei uns noch stehen bleibt. Also die Ausstellung endet aber Isas Präsenz bei uns in der neuen Nationalgalerie nicht. Ich glaube, was ich noch sagen wollte, was mir sehr wichtig ist, diese Ausstellung, wenn man eine Ausstellung macht, ist ja immer, warum macht man sie jetzt? Warum macht man sie hier und warum macht man sie überhaupt? Warum jetzt ist ja, wie wir schon wissen, wir feiern heute den Geburtstag und die war auch fast, wenn man dann die ganze Presseartikel liest, das waren, glaube ich, über 22 neu geschriebene Artikel über Isai national und international, längst überfällig. Sie hat sich immer gewünscht, hier zu zeigen. Warum hier, das wurde ja auch schon oft erwähnt, dieser wunderbare Dialog mit Mies Wanderruhe, der auch nur einmalig so hier, aber auch mit der Stadt, mit der Umgebung, mit der Straße, mit den Vorbeifahrenden ist. Und warum überhaupt? Diese Besucherzahlen haben uns wirklich überrascht. Also das Ziel von der Ausstellung war wirklich, Isar Gensken prominenter zu machen, was sie einfach verdienterweise auch durch ihre Biografie hat. Und das haben wir, glaube ich, geschafft. Wir hatten allein bei unserem Kinder-Workshop 12.000 Kinder, die mitgemacht haben. Und jetzt wurde sie ja auch noch von der Monopol zur wichtigsten Künstlerin des Jahres gewählt. Also wir sind sehr dankbar über diese Ausstellung. Und zum Ablauf, wir werden jetzt einen Vortrag hören von Katrin Leuch. Katrin Leuch ist Kunsthistoriker und Kritiker, die jetzt extra aus dem Rheinland heute angereist sind. Wir sind sehr dankbar dafür. Katrin Leuch, ich bin so froh, dass das geklappt hat. Wir hatten mal ein Telefonat vor Unzeiten, fühlt sich das an? Und da wollten Sie ein Symposium zu Isar Gensken machen. Da habe ich so ganz spontan gesagt, eigentlich müsste man doch eine riesige Ausstellung von Isar Gensken machen. Und an dem heutigen Abend kommt das beides zusammen. Und deshalb möchte ich Ihnen einfach extrem danken und freue mich sehr auf Ihren Vortrag. Danke. Danke. Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass wir heute Abend hier sind und dass ich so viele Zuhörer habe. Isar Gensken zum 75. Geburtstag heute so einen Abend zu machen. Das Anknipsen des Vollmonds, der wohl schon etwas länger hier installiert ist, bis heute erst mal abzuwarten. Und ich weiß, als ich mit Daniel darüber telefonierte, ob wir nicht doch mit einem Vortrag die Ausstellung beenden, da kam irgendwie so ein bisschen der Abend der Erleuchtung ins Spiel als Begriff. Also, dass das nicht nur offiziell ist, sondern dass das vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit ist, zu reflektieren, was hier passiert ist. Und ich bedauere es unendlich, dass Isar Gensken heute Abend nicht da ist. Ich freue mich aber, dass ich gehört habe, dass sie in ihrer Ausstellung war und auch sehr glücklich darüber war. Als Thema wurde mir heute Abend Rezeption gestellt. Die Wahrnehmung der Künstlerin, die Aufnahme ihres Werks. Ich fand es ganz passend, dass ich bei dem Besuch hier im Sommer, als es darum ging, was machen wir hier, was wird das Thema meines Vortrags, spontan gefragt worden bin, warum wir in der Kunstszene eigentlich Isar Gensken immer als Star apostrophieren. Das sei doch eigentlich eine Künstlerin, die auf der Straße draußen niemand kennt. Also, wenn man jetzt hier jemanden anspricht, würde ihm der Name nichts sagen. Da denkt man natürlich nach, ja, kann man jetzt einfach sagen, das ist eine Künstler, Künstlerin oder die Leute passen halt nicht auf, wenn es um Frauennamen geht oder Bildhauerei ist irgendwie schwieriger als Malerei. Und dann war die Ausstellung für mich auch deswegen so interessant. Und ich bin an dem Tag zweimal durchgelaufen an einem Tag, also immer hinten. raus, vorne wieder rein, weil man ja nicht in Gegenrichtung unterwegs sein darf und von dem Hintergrund dieses Werks, das man hier sieht und dann natürlich in Gedanken auch mitdenkt. Also, was für Ausstellungen diese Künstlerin, an was für Ausstellungen sie teilgenommen hat. Also, drei Ausgaben der Dokumenta und zwar vollkommen verschiedene Ausgaben der Dokumenta. 82, 92 und 2002. Ganz andere Dokumenta-Kuratoren-Generationen. Deutschen Pavillon bei der Biennale von Venedig 2007 bespielt. Und die große Retrospektive im Museum of Modern Art. Das ist eine Präsenz und ist eine Fallhöhe. Da gibt es nicht viele deutsche Künstler, die da irgendwie anknüpfen können. Und als ich beim zweiten Mal an diesem Tag im Sommer durch die Ausstellung gegangen bin, ich war noch ein paar Mal danach da, aber beim zweiten Mal war es dann so, dass ich als Kritikerin, also ich schreibe seit den 90er Jahren über Kunst, dass ich dann plötzlich so mitgedacht habe, also Hyperbolos und Ellipsoide. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass direkt, als die das erste Mal hingelegt wurden, irgendeine Zeitung das überhaupt nur wahrgenommen hätte. Dann kommen diese fantastischen Betonskulpturen und ihre Ansage, dass jeder Mensch doch mindestens ein Fenster braucht. Ich glaube, das war was, was in der Kunstszene wirklich die Leute sehr berührt hat, als das erste Mal eine Ausstellung mit dem Titel gezeigt wurde. Als ich das damals, glaube ich, auch noch so ein bisschen situativ auf die Galerie Buchholz und dies eine Fenster bezog, was sie wohl da auch so angeregt hat. Das haben sozusagen viele gewusst, aber es ist nicht nach draußen gedrungen. Und man kann auch ein ganzes Stück weitergehen, also an diesen fantastischen Stählen vorbeigehen. Dann erinnert man sich, wie man in Artforum davon begeistert gelesen hat, dass so ungefähr ab Betonskulpturen gab es Texte zur Kunst. Die haben Isa Gensken immer ernst genommen, die haben immer reflektiert, was sie macht. Aber ich weiß, dass man wirklich bis zu Kinderspielen gehen muss, einer Ausstellung in ihrer Galerie in Köln, bis die FAZ zum Beispiel das erste Mal dieses Werk überhaupt wahrgenommen hat. Bis dahin war das irgendwie so eine Bildhauerin, wo nicht ganz klar ist, was die macht. Und ich kenne den Redaktionsalltag, wenn man da nicht schnell eingepackt wird und wenn man da nicht schnell reagieren kann und sagen kann, das wird demnächst in New York gezeigt oder das ist aber ganz teuer und war jetzt auf der Art Basel plötzlich teurer als sowieso, dann ist es wieder weg. Und insofern kann ich relativ genau sagen, dass von dem Bereich an der Ausstellung eigentlich erst die Medien dabei sind und eigentlich Isa Gensken ab da erst wirklich da ist, in dem, was man so als größere deutsche Öffentlichkeit apostrophieren kann, auch wenn sie sozusagen in der Rezeption der Medien eigentlich schon dort da war. Was ist die Ursache dafür? Für mich ist es immer eine Diskrepanz gewesen. Und es reicht nicht zu sagen, dass man in Deutschland wahrscheinlich so, abgesehen von dieser Blockbuster-Kultur, nicht so ein wirklich tiefes, selbstverständliches Interesse an zeitgenössischer, bildender Kunst hat. Natürlich, dass Frauen es immer schwerer haben in der Rezeption, Bildhauerei irgendwie komplizierter ist. Aber im Fall von Isa Gensken irritiert mich auch, dass eigentlich die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit von Anfang an getrübt war. Ich habe mich das erste Mal mit dem Werk beschäftigt, als ich studiert habe, in einem Pro-Seminar, das hieß Übung vor Originalen in der Artothek im Bonner Kunstverein. Irgendwie passt das, weil ich finde, wir machen ja heute auch so eine Übung vor Originalen. Also, Sie können ja alle an mir gut vorbeigucken und sehen dann die Kunst, was ich ganz toll finde. Und damals hat mich die, damals als Dozentin dort arbeitende, Eva Meyer-Hermann gewarnt, wenn ich über Isa Gensken ein Referat halten würde, da würden mir sicher viele begegnen, die einfach nur sagen, ach, ja, das ist die Frau von Gerhard Richter und die hat jetzt eine Skulptur gemacht und da klang dann immer so mit, dass es vielleicht so eine Art Seitenlinie ist von Gerhard Richter. Also, klar hat Isa Gensken das gemacht, aber ist schon klar, wo das herkommt. Ich habe mich dann zum Atelierbesuch bei Isa Gensken angemeldet und war erstaunt, erst mal, dass sie sich Zeit genommen hat für Studenten und dann war ich sofort frappiert von Isa Genskens Schönheit, ihrer Offenheit, ihrer wahnsinnigen Zurückhaltung, ihrer Geduld, ihrer Wortkarkheit und eigentlich taute sie im Verlauf eines langen Besuchs nur zweimal kurz auf. Einmal fragte sie, ob ich als Bonner Studentin nicht auch vielleicht mit dem gerade erst berufenen Professor Stefan Germer zu tun hätte. Mit dem hätte sie nämlich gern ein bisschen mehr zu tun. Der hatte gerade mit Isabel Graf damals die Texte zur Kunst gegründet. Und dann sprachen wir über ABC Wolkenbügel, einen Doppelbogen aus Beton, auf dem ein doppelter Metallrahmen saß und den sie an eine Bücherei geschraubt hatte zu den Skulpturprojekten Münster im Jahr 1987. Und das war eine Arbeit, über die ich gerne länger sprechen wollte mit ihr. Die ist aus der Zeit der Betonskulptur ein bisschen früher und die war für mich so ein Brückenschlag über die Moderne hinweg in eine architektonische Phase, die schwer greifbar ist, die in Deutschland damals nicht sehr bekannt war, überhaupt nicht rezipiert wurde, so halb vergessen war und wo sie mit ganz großer Selbstverständlichkeit den Münsteranern bei den Skulpturprojekten zugemutet hatte, lange zu suchen, bis man diese Seite der Bücherei überhaupt gefunden hatte und dort etwas zu zeigen, was so an die Architektur anschloss, dass man es zum Teil fast nicht sah. Es gab viele Besucher, die damals herumliefen und es praktisch nicht gefunden haben. Und Isa Genske, als wir darüber sprachen, hat eigentlich nur einen Punkt total wichtig und auch sehr lustig gefunden, nämlich, ich war sehr erschüttert, dass man das abgerissen hatte, dass die Münsteraner das nicht behalten wollten, dass sie das also abgeräumt haben und es hat lang gedauert, bis sie es losgeworden sind, weil es technisch gar nicht so leicht ist, so ein Betonding wieder abzumachen und abzubauen und Isa Genske fand es wahnsinnig lustig, dass das Abbrauen, dass der Abbruch wesentlich teurer war als der Etat, den sie bekommen hatte, um es dahin zu stellen. Sie griff dann noch einmal während des Gesprächs zum Stift und ich war total elektrisiert natürlich, weil sie lieber als mit Worten mir auf einem Blatt Papier erklären wollte, in welchen Dimensionen sie tatsächlich plant. Also die Wolkenbügel, die so hoch waren, wie anderthalb Stockwerke eines öffentlichen Bauwerks, das war es nicht, worum es ging. Inzwischen haben wir so Sachen wie die Rose hier. Damals hat sie dann so einen Kreis über einen holländischen Platz gesetzt. Der war so unglaublich groß, dass sie dann das Blatt nochmal umgedreht hat, um es nochmal größer zu machen, um klar zu machen, dass das die Dimensionen sind, in denen sie denkt. Und dass die Konstrukteure, die Ingenieure, die Statiker, die Leute, die das bezahlen, die Stadtplaner und letztlich auch irgendwie diese komischen Fassaden in diesen kleinen niederländischen Städtchen irgendwie mal hinterherkommen sollen. Isa Gensken war damals auch nicht zimperlich, wenn es um die Umsetzung ihrer Entwürfe ging. Hier direkt die ersten Werke, mit denen man begegnet, die Hyperbolos und Ellipsoide. Als sie die realisieren wollte und ihr klar war, dass sie dafür vollkommen andere technische Möglichkeiten braucht, also dass es nicht darum geht, im Atelier was zu machen, sondern dass es Technologie braucht, dass es Computer braucht, dass es Fertigungsanlagen braucht, um etwas so Perfektes und Schönes zu schaffen, da war ihr klar, dass sie ein bisschen in Kontakt kommen muss mit der Industrie. Und da hat sie das Schmidt-Rottloff-Stipendium gewonnen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Kunstpreis in Deutschland, einer der wichtigsten mit einer langen Geschichte. Und sie konnte dann als Preisträgerin direkt mit der Industrie zusammenarbeiten. Und das Ungewöhnliche ist, dass man für diesen Preis vorgeschlagen werden muss, dass Professoren an Akademien Künstler vorschlagen. Und Isar Gensken ist bis heute die einzige Künstlerin und der einzige Künstler, der sich selbst vorgeschlagen hat und dann auch gewonnen hat. Aber es ging ihr halt immer... Ich hatte dann gut 30 Jahre nach der ersten persönlichen Begegnung und viele Kritiken und Ausstellungsbesprechungen später, aus meiner Perspektive, hatte ich dann Gelegenheit, mit Isar Gensken tatsächlich zu arbeiten, wenn auch nur über die Bande ihrer Galerie. Da habe ich eine Reihe mitverantwortet in der Süddeutschen Zeitung. Ein Miniposter, das hieß Großformat. Und das erschien jede Woche in der Wochenendbeilage und sollte noch einmal unsere Abonnenten und Leser daran erinnern, wie toll Papier ist. Also, dass es Sachen gibt, die kann man nur auf Papier machen, weil man einfach ein kleines Poster dann aus der Zeitung rausreißen und hinhängen kann. Und die erste Ausgabe war leider... Ich habe sehr für Isar Gensken gekämpft, aber es kannte natürlich keiner Isar Gensken von den Kollegen, wie das so ist. Aber die erste Ausgabe war dann also eine Skizze, die Wolf Pricks auf eine Serviette geworfen hatte, als er die EZB für Frankfurt entworfen hat, die Europäische Zentralbank. Aber das zweite Großformat war dann direkt Isar Gensken. Und ihr Beitrag? Sie war in dem Jahr gefragt worden vom Magazin Art Forum in New York, wer aus Sicht von ihr als Künstlerin, also die hat eine Umfrage gemacht unter vielen Künstlern, wer wohl die wichtigste Figur unter den Künstlern des 20. Jahrhunderts ist. Und in Manhattan hat man sicher mit solchen Namensnennungen gerechnet, wie so Josef Beuys, Marcel Duchamp, Pablo Picasso, also kunsthistorisch abgesicherte Namen oder auch irgendwie originelle Namen. Aber man hatte sicher nicht damit gerechnet, was Isar Gensken eingereicht hatte als Antwort. Sie hat ein Foto genommen, hat es ins Faxgerät gesteckt und rübergeschickt, anstelle einen Namen zu nennen. Und es zeigte sie selbst als Teenager, irgendwie so unwohl eingeklemmt auf der Couch zwischen ihrem Vater und ihrer Mutter. Die Mutter reicht Getränke an, der Vater sitzt irgendwie so eine Spur zu breitbeinig da. Und sie sieht unglaublich aus und vollkommen deplatziert, wie so eine Figur, die von der Geschichte in einem bundesdeutschen Bürgerhausheld abgestellt wurde und die sich selber vielleicht fragt, wie sie dahin geraten ist. Die junge Isar Gensken auf dem Foto, die hatte noch nicht Kunst studiert, die war noch nicht auf der Akademie gewesen, aber ihr selbst war klar, das ist die wichtigste Künstlerin des 20. Jahrhunderts. Sie hat dann übrigens selbst hier in Berlin einige Wochenendausgaben erfreut eingesammelt und hat geguckt, ob überall das Poster drin ist. Aber im Grunde hat es sie nicht wirklich interessiert, wahrscheinlich, ob das jetzt in der Tageszeitung nach so vielen Jahren aufgefallen war, wie wichtig sie ist. Denn die Wertschätzung in Massenmedien oder eben einfach nur auf der Straße oder beim Publikum ist für eine Künstlerin wie Isar Gensken vielleicht eine Pointe oder etwas, was sie dann aus sehr eigenen Gründen interessiert. Aber es ist nicht wirklich entscheidend. Ich muss jetzt einen anderen Künstler heute erwähnen, wo mir das plötzlich klar wurde. Das ist Marc Lecky, der, als er den Turner-Preis erhielt, von ganz eifrigen Journalisten gefragt wurde, ob das jetzt irgendwie für ihn toll sei, dass seine Themen jetzt auch da sind, also so Massenmedien, Film, Narration. Und man sah ihn damals im Fernsehen, wie er so ein bisschen sich erstaunt abwandte. Und er guckte auf das Dinner, das auch gerade stattfand und sagte, I'm not doing it to do something about mass media or about film. I'm doing it for these people. Und seine Hand berührte dann total nett Christopher Müller am Arm, der neben ihm saß. Aber er hat vollkommen klar gemacht, dass er wirklich seine Kunst for them macht. Also für diese Handvoll Leute, die in London damals die Kunstszene ausgemacht haben. Eine Gruppe so ein bisschen vielleicht wie hier heute Abend. Aber im Fall von Issa Gensken dürfte dieses Them noch einmal deutlich kleiner sein. Ein paar befreundete Künstler wie Kai Althoff oder Wolfgang Tillmanns, ihre Galeristen, ihr Galerist Daniel Buchholz, befreundete Kuratoren und Kuratorinnen wie Kasper König oder Nikolaus Schafhausen. Das Publikum dagegen und die große Öffentlichkeit. Es ist auffallend, dass Issa Gensken keinen Gedanken daran verschwendet hat, wie sie da dasteht. Dass sie anders als viele Künstler kein Image entworfen hat. Und es gibt viele Künstler wie Issa Gensken, die nicht nur lieber hinter ihrem Werk stehen, sondern die wirklich nicht verstehen, warum man jetzt sie fotografiert und nicht ihre Arbeit. Jedenfalls hat sich all die Jahre vor allem damit beschäftigt, dem Publikum Werke und Ausstellungen hinzustellen, die absolut das Allerbeste sind, was man von ihr gezeigt bekommen kann. Und trotz allem künstlerischen Selbstbewusstsein war es für sie wirklich notorisch, dass sie ihre Ausstellung kaum aufgebaut, eigentlich auch gerne wieder erstmal geschlossen hat oder abgebaut hat oder gesagt hat, so ist es doch nicht richtig. Und da mussten alle eben nochmal ein Jahr warten oder ein paar Monate. Ich war einmal selbst davon betroffen, als ich meinen Geburtstag bei einer Vernissage in Köln feiern wollte und an der Tür hing so ein kleiner Zettel von der Galerie, dass die Eröffnung ausfällt. Aber ich weiß auch, dass Kuratoren Panik hatten, wenn sie riesige, gewaltige Spiegelwände in das Museum Ludwig gesetzt hatten und dahinter ein wandfüllendes Foto von Wolfgang Tillmanns und dass sie wirklich nicht wussten, ob das jetzt so eröffnet werden kann oder nicht, weil die Isas das noch nicht gesehen hatte. Als Isar Gensken und Nikolaus Schafhausen jedenfalls den deutschen Pavillon in Venedig fertig mit orangefarbenen Plastikbahnen eingerüstet hatten, mit diesen Plastikbahnen, mit denen man in Italien Baustellen sichert, da saß die Künstlerin schon wieder so gut wie im Flugzeug nach New York, sicherheitshalber. Galeristen und Kuratoren hatten sie dringend aufgefordert, sich um ihren Entwurf für Ground Zero zu kümmern. Eine nationale Aufgabe, abgelöst von einem Projekt mit Weltgeltung. Sie stieg termingerecht ins Flugzeug. Der Pavillon konnte dann ein paar Monate später eröffnen und in New York entstanden Skulpturen zu Ground Zero, die an Schönheit und Klarheit alles übertreffen, was für Ground Zero sowieso entworfen wurde, aber was es zeitgleich in der Architektur, im Städtebau, in der Bildhauer und in der Kunst entstanden ist. Sie ist über Jahrzehnte persönlich zwar unmittelbar präsent, wenn sie irgendwo ist, sie ist jemand, den man nicht übersieht, aber eben absolut nicht daran interessiert, in den Medien oder der Öffentlichkeit eine Rolle zu spielen, die abgestimmt ist auf ihre Kunst. Über ihr Leben als Mensch, wie man so sagt, ist so gut wie nichts bekannt. Außer, dass in den vergangenen Jahren offen und, finde ich, in einer ungewöhnlichen Weise dann auch ihre Krankheit thematisiert werden durfte. Aber ich habe jetzt bei den Vorbereitungen zu dem Abend heute habe ich ein Buch entdeckt, aus dem ich gerne ein bisschen vorlesen will, weil ich das Gefühl habe, dass Isa Gensken auch das alles, was ich jetzt sage, also Image, Kindheitsgeschichten, ich bin Journalistin, ich weiß, wie froh man ist, wenn man eine Künstlerin trifft und die sagt dann so, meine erste Erinnerung ist das Folgende und dann saß ich mit den Stiften da und dann war es schon klar und im Fall von Isa Gensken gab es auch, wahrscheinlich hätte es für mich auch ein gewisses Interesse an ihrem Privatleben gegeben, weil sie ja die Frau von Gerhard Richter war. Also alles das, was man so gefragt wird und was dazu beiträgt, dass das jemandem, der der wichtigste Künstler der Welt ist, aus der eigenen Perspektive auch jemand wird, den man in der Öffentlichkeit kennt. Das hat sie 1993 hat sie das in dieses Buch gepackt. Und zwar unter dem Titel Skizzen für einen Spielfilm. Das ist von der Kunsthalle Bremen dann rausgegeben worden. Und zum Beispiel finde ich es heute irgendwie schön, dass man vorlesen kann, was Isa Gensken aufgeschrieben hat für den 27. November 1948. Denn das war der erste Take dieses Films. Kapitel 1 Bad Oldesloe November 1948. Ein kalter, regnerischer Nachmittag in einer Kleinstadt im norddeutschen Flachland Bad Oldesloe. Ein knapp 30-jähriger Mann rast auf seinem roten Fahrrad auf ein altes, großes Backsteingebäude zu, das städtische Krankenhaus. Uwe Gensken, so sein Name, lässt sein Fahrrad neben dem Eingang fallen, rennt die Treppen hoch, geht durch die Tür. Die Entbindungsstation liegt in einem Krankensaal an einer langen Reihe von Betten, geht da vorbei bis zu seiner Frau. Sie strahlt. Uwe, es ist ein Mädchen. Er lächelt zögernd, verlegen das Baby an und fragt unvermittelt seine Frau, wie heißt es denn? Ich weiß es noch nicht, antwortet sie, vielleicht Petra. Eigentlich wollte ich ja einen Jungen haben. Uwe beugt sich über das Kind und sagt, Hanne Rose sollst du heißen, wie deine Mutter. Das zehnte Kapitel spielt immer noch in Bad Oldesloe, derselbe Ort im Juni 1953. Isa ist fünf Jahre alt. Isas alter Ego in dem Film wäre fünf Jahre alt. Sonniger Nachmittag. Isa sitzt alleine im rosa-weißen Kleid und in schwarzen Lackschuhen auf dem Boden. Um sie herum liegen viele verschiedene Stifte, Pinsel und Tuschkästen. Viel mehr, als sie im Augenblick braucht. Sie zeichnet große Gesichter, die sie mit Wasserfarben koloriert. Dabei achtet sie nicht darauf, ob ihr die Farben auf ihr Kleid tropfen. Sie summt und wirkt konzentriert. Auf einmal steht sie auf, legt alle bemalten Blätter in eine Reihe auf den Boden. Vorsichtig tritt sie etwas zurück und schaut auf ihre Bilder. Dies gefällt mir gut. Sie zeigt auf eines mit einem großen Kopf, der die Augen nach oben verdreht. Das bin ich. Das da ist Papa und das da ist Mami. Papa ist grün, Mami ist gelb, Papa ist doof, Mami ist auch doof. Es gibt dann eine Szene, die tatsächlich so an das Innerste geht, was eine Beziehung berührt. Da schildert sie, wie sie bei einer Party von Klaus Rinke ist, das alter Ego in dem Film, das inzwischen auch Isar Gensken heißt. Und Gerhard Richter, GR, sagt, Frau Gensken, ich würde sehr gerne einmal mit Ihnen tanzen. Und etwas später schildert sie dann ein sehr intimes Gespräch, wo sich Gerhard Richter und sie in der Küche unterhalten und sie fragt, warum sie vielleicht ein ganz besonderes Paar sind. Und das ist so ein langes Hin und Her, wo man denkt, das kann man eigentlich gar nicht öffentlich schildern. Aber Isar Gensken als jemand, der scheu ist, der sich nicht öffentlich äußert zu privaten Dingen, der sehr zurückhaltend war, hat das alles hier aufgeschrieben. Und ich mag, dass es am Ende darauf hinausläuft, dass sie sagt, ihr alter Ego sagt, die Art und Weise, wie die beiden ein Paar sind, ist genau das Gegenteil von Tragik. Es hat etwas mit Zukunft zu tun und nicht mit Kleist oder so. Und er sagt dann, ich würde eher sagen, wir sind ein sonderliches Paar. Und sie sagt dann, es entstehen Ideen, die heilig sind, einen Wert haben. Das ist der Grund meiner Liebe zu dir. Und das hat sie dann alles veröffentlicht und in dieses Buch gepackt und ist jahrzehntelang nicht darauf zurückgekommen. Die große Öffentlichkeit hat also viele Jahre weiterhin dieses Persönlichste genauso geflissentlich übersehen, wie auch ihr von starken Umbrüchen gezeichnetes Werk. Sie war ein Star in der Szene, aber in den Medien blieb sie weitgehend unsichtbar. Ihr Werk wurde in allen bedeutenden Museen gezeigt, es wurde angekauft. Es gibt hervorragende Kataloge mit wunderbaren Beiträgen. Und da sind auch besonders die Ausstellungen, Kataloge zu empfehlen, die in den letzten Jahren sich nochmal mit dem Frühwerk beschäftigt haben, also nachgeholt haben, was vielleicht vor 40 Jahren nicht gemacht wurde. Und dennoch haben auch diese Kataloge die Sphäre der inneren Kunstszene eigentlich nicht verlassen. Und man kann das nicht nur darauf hinunterbrechen, dass sie selbst scheu war, sondern natürlich auch, dass das Werk, dass wenn man jetzt hier sich die einzelnen Gänge anschaut, ja tatsächlich sehr, sehr klar die Stilbrüche und das Neuansetzen und es einfach sein lassen und dann wieder etwas vollkommen anderes beginnen, das ist ja auch unübersehbar bei ihr. Ihre Arbeiten haben dennoch sich in jeder Phase nicht nur auf sie selbst bezogen, sondern auch immer unmittelbar auf die Kunstgeschichte. Während zum Beispiel ABC Wolkenbügel noch ein Zitat war, waren dann andere Ansagen direkt von Duchamp inspiriert. Also als sie zum Beispiel sagte, sie wolle etwas schaffen, das genauso modern ist wie eine Hi-Fi-Anlage. Da hat sie natürlich Duchamp zitiert, der auf dem Flugfeld sagt, er möchte etwas machen, was so modern ist, wie Dinge, die fliegen können. Sie hat Utopien formuliert an ganz einfachen Sätzen, wie eben jeder Mensch braucht mindestens ein Fenster. und dann hat sie vor allem mit den doch zuerst als Glitterungen empfundenen Arbeiten der letzten Jahre, als ihr dann noch einmal irgendwie völlig anderer Weg aufging und mehrere Generationen ihr inzwischen gefolgt sind, bei dieser Art Skulptur zu machen. Also nicht nur Dinge aus der Umwelt direkt zu entnehmen, also von der Jeansjacke über den Designstuhl, Lampen, Fotografien, Bilder und die so zusammenzuhauen, dass etwas entsteht, was tatsächlich noch mal aussagekräftiger ist und schöner ist und was nicht nur davon handelt, wie man jetzt das eine zum anderen bringt und festklebt, sondern das noch mal Assoziationsräume und Bedeutungsräume aufmacht, die man sich vorher so nicht vorstellen konnte. Aber wenn ich jetzt heute, gestern, habe ich mal geschaut, was eigentlich gerade der aktuelle Eintrag in Wikipedia über sie sagt und da wird immer noch sehr knapp darauf verwiesen, dass sie, Zitat, als deutsche Künstlerin mit internationalem Renommee gilt und es ist insofern da schon aktualisiert gewesen, dass immerhin der Eintrag von Monopol auf der Liste der einflussreichsten 100 Persönlichkeiten der Kunstwelt sie jetzt auf Platz eins gesetzt hat. Was für mich wirklich ein komischer Moment ist, aber vielleicht auch als Geburtstagsgeschenk zu verstehen ist. Und dann stehen halt jetzt seit Monaten hier in Berlin 75 Werke, weitgehend chronologisch aufgereiht. Ich glaube, es gibt ein oder zwei Sprünge, über die die Leute, die das Werk gut kennen, noch mal hier auch diskutieren. Und ich war zuerst irritiert von dieser Art der Präsentation, weil die Chronologie zwar vieles sichtbar macht, aber natürlich auch also erstens dazu geführt hat, dass hier immer nur 75 Besucher rein dürfen. Man also das Gefühl hat, man muss wirklich so Schritt für Schritt für Schritt von einer Arbeit zur anderen gehen und anders als jetzt zum Beispiel in New York nicht inszeniert wurde oder die Ausstellung nicht versucht, diese üblichen so mit Blickachsen und so zu arbeiten. Aber ich finde, dass es jetzt, auch gerade heute Abend, wo man denkt, ab morgen wird hier eingepackt, dass hier alles so steht, als sei das wirklich bereit, dass es nicht irgendwo hingebracht wird oder weggebracht wird, sondern jetzt sich an andere Orte zerstreuen wird. Also als wäre es hier so einmal zusammen und würde dann wieder in alle Welt gehen. Und ich freue mich, dass der Mond vor der Tür bleiben wird, von dem ich finde, dass er hier wirklich so aufgepflanzt ist wie so ein Ausrufungszeichen. Jetzt komme ich zu dem, warum ich auch heute hier bin bei Rezeption und zwar die wissenschaftliche Rezeption. Und da würde ich jetzt gern Susanne Gensheimer zitieren, die bei einem Symposium vor gut anderthalb Jahren in Düsseldorf sagte, dass sie eigentlich erstaunt ist, dass es über eine Künstlerin wie Isa Gensken sehr wenig Dissertationen bislang gibt, dass sie im wissenschaftlichen Kontext fast gar nicht präsent ist und ob man nicht mal so etwas machen sollte wie eine Promovierende finden, die dann sozusagen das Werk einmal schlüssig aufarbeitet. Und dann fand eigentlich sie selbst und wir alle auf dem Podium sofort die Idee viel zu klein, weil wir dachten, das kann ja nicht sein, dass man sagt, jetzt geht da einer hin und der soll das leisten bei dem, was in diesem Werk drin steckt. Und das hat dann zu Überlegungen geführt, ob man dieses Werk nicht nehmen könnte, weil es für die internationale Wissenschaft immens viel leisten kann für die Kunstwissenschaft und auch wirklich dieses Werk, Isa Genskens Werk, dafür geeignet ist. Und damals haben Nikolaus Schafhausen und ich begonnen an einem Symposium zu arbeiten, Isa Gensken, wo wir wollten, dass dieses Oeuvre aus wirklich internationaler Perspektive sorgfältig angeschaut wird. Denn während Isa Gensken auch sich selbst, also es ist ja kein Zufall, dass sie hier die Nationalgalerie so toll findet als Ort oder dass für sie die Orte Berlin, New York und Köln waren. Sie ist tief verwurzelt im westlichen Kontext, aber wir haben das Gefühl, dass die Perspektive des Global South, auf den man sich ja jetzt fast nicht mehr berufen darf, weil der Begriff ja irgendwie kontaminiert ist, aber dass die Perspektive von Architekturhistorikern, die vielleicht in ihrem Alltag mit Gebäuden in Sao Paulo leben oder von einer Kunsthistorikerin, die in Singapur lebt und arbeitet, dass es da eine gegenseitige Wirkung geben könnte, die kein anderes Werk so entfachen kann wie Isa Genskens Werk, in dem sich nicht nur die Welt abbildet wie in keinem anderen Werk dieser Generation, sondern in dem auch mit einer Konsequenz seit vielen Jahrzehnten Themen vorkommen oder von ihr aufgegriffen werden, die niemand anderes beachtet hat. Also während viele immer noch der Meinung sind, Isa Gensken ist so ein bisschen so Bildhauerei mit Architekturen, in den letzten Jahren halt so Skulptur pur, muss man noch sagen, dass sie absolut unabdingbar und nicht unabringbar auch ganz andere Lebensbereiche untersucht hat in ihrer Arbeit. Und das geht weit über solche Sachen wie Materialästhetik, Bild, Dreidimensionalität, Moderne und Postmoderne hinaus. Also zum Beispiel gibt es von Isa Gensken Werke, die zur Konstruktion von Kindheit oder Familie absolut sprechend sind und zwar aus einer Perspektive der Kunst, die so frei ist, wie ich sie, also deshalb habe ich auch diese Texte hier vorgelesen, wie ich sie eigentlich bei keinem anderen Künstler je erlebt habe, weil sie so überhaupt nicht okkupiert ist von irgendwelchen Gedankengebäuden oder Überlegungen, die irgendwas mit ihrem Werk im Weg stehen könnten. Wir glauben, dass sie viel zu sagen hat zu deutscher Geschichte, dass sie eine der Ersten ist, die sich ernsthaft mit Phänomenen wie dem Tourismus und Freizeit beschäftigt haben, dass ihr Werk viel sagt über Terror, dass sie jemand ist, der ganz dezidiert sich zu Militarismus geäußert hat, unübersehbar ist eine Affinität ihres Werks zu Mode, zu Pop, zu Musik, zu Utopien, sie hat Männlichkeit untersucht und sie hat kunsthistorische Referenzen, wie ich schon gesagt habe, in fast jedem ihrer Werke nicht nur zitiert, sondern auch wirklich ganz explizit eingebaut und sich auch sofort immer mit deren Auslöschung beschäftigt. Wir hatten dann die Idee, dass wir alle Vorträge unbedingt immer mit Werktiteln überschreiben sollten und es hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht, so viele Jahrzehnte durchzugehen und nur die Titel anzuschauen, also Schwule Babys, Ground Zero, Leonardo da Vinci, Ich, Poverty, Disco soon, Halleluja und natürlich hätte ein Vortrag nicht fehlen dürfen, das wäre die Auseinandersetzung von Literaturwissenschaftlern mit der Poesie von Isa Gensken und ihren Titelfindungen gewesen. So, jetzt muss ich es irgendwie hinbekommen, so ein Spannungsbogen, ich bin jemand, der schreibt, der eigentlich keine Vorträge hält, aber dieser Vortrag ist über die Rezeption von Isa Genskens Werk, eine mögliche Rezeption von ihrem Werk, die Rezeption, wie ich sie wahrgenommen habe über die vergangenen Jahrzehnte, aber man muss jetzt irgendwie so in einem Atemzug darauf kommen, zu sagen, dass ein Begriff wie Rezeption dann auch wieder für Isa Gensken was Grundverkehrtes hat, weil das ja so klingt, als würden solche Werke wie die, die jetzt hier in meinem Rücken sind, herumstehen und darauf warten, dass jemand kommt und sie wahrnimmt und sich Gedanken macht, vielleicht zu einer Interpretation findet und sie versteht und dann vielleicht die Beachtung steigt und noch mehr Leute kommen und gucken sich das dann an. Ich muss nochmal Danke sagen, dass die Ausstellung heute Abend geöffnet geblieben ist, weil ich wirklich glaube, dass wenn man vor einem Kunstwerk von Isa Gensken steht und man hat diesen Moment in der Offenheit, dass dann etwas passiert, was ich jetzt doch mit einem relativ bildungsbürgerlichen Zitat einrahmen muss, ich mochte es, dass Isa Gensken sich in ihrem eigenen Text vorhin gebeten hat, jetzt bitte keinen Kleist, aber jetzt doch bitte Kleist, das Erdbeben in Chili, das ja gerade fürchterlich aktuell ist, weil es soll nicht um die Katastrophe gehen, sondern auch um die Möglichkeit der Katastrophe, um die Statik einer Katastrophe und zwar um die Stelle, als Geronimo sich gerade an zentrale Figur der Geschichte, sich gerade an einem Pfeiler im Gefängnis erhängen möchte und das Erdbeben setzt ein und alle Gebäude brechen zusammen und dann schreibt Kleist, der Boden wankte unter seinen Füßen, alle Wände des Gefängnisses rissen, der ganze Bau neigte sich nach der Straße zu, einzustürzen und nur der seinem langsamen Fall begegnende Fall des gegenüberliegenden Gebäudes verhinderte durch eine zufällige Wölbung die gänzliche Zu-Boden-Streckung desselben. Im Sturz gibt es hier einen Moment einer neuen Festigkeit und dann erst den vollkommenen Einsturz. Sturz und Gegensturz, zwei aufeinander sich zu bewegende Dynamiken und ein kurzer Moment nimmt vieles möglich wert. Und so kann es sein und nur vor einem Werk von Issa Gensken kann es so sein, dass wir irgendwie auf dieses Werk zustürzen mit dieser Welt und dass es sich uns idealerweise in diesem Moment zuneigt und wenn wir uns dann treffen, dann entsteht eine unerwartete, vollkommen stabile Festigkeit, eine kurze, klare Stille und vieles wird möglich vielleicht für diesen kurzen Moment. Mir bleibt jetzt noch erst mal zu hoffen, dass Berlin im Jahr 2024 klüger ist, als es Münster war Ende der 80er Jahre und dass der Vollmond, den wir hier gleich anknipsen, nicht mehr ausgeht. Es ist angekündigt, dass er jetzt vor einem Jahr hier brennt und ich hoffe immer, die Berliner kriegen das hin, nicht eventuell doch höhere Abrisskosten mal wieder auszugeben, als es gekostet hat, das Ding hier aufzustellen und dass der da bleibt. Denn das halte ich für wichtig. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Danke an Klaus Biesenbach, an Lisa Botti, Joachim Jäger für die Einladung, hier an einem so besonderen Tag zu sprechen. Danke auch an Henriette Gallus und Bonaventur Nikon, an Brigitte Oetker und Nikolaus Schafhausen für die inhaltliche Arbeit an diesem Symposium, das wir vorbereiten und das irgendwie der Auslöser war für diesen Vortrag. Ganz vielen Dank an Daniel Buchholz fürs Mitdenken und überhaupt und mein größter Dank heute Abend an Isa Gensken, deren Werk mich so viele Jahre begleitet und das mir so viel beigebracht hat und alles erdenklich Gute wünsche ich Ihnen zu Ihrem 75. Geburtstag. Danke. Applaus 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 Applaus